10 jetzt gehandelt und schauen dass wir jetzt die paar punkte noch kriegen mtx rechts ist in den gewinn schon gelaufen gutes signal auch hier fürs protokoll wir wollten aber nicht doppelt das risiko eingehen für den trade sind wir bei 13 ein schub nach oben noch ein punkt fehlt und wir sind raus meine damen und herren der eröffnung straight beide setups haben wunderbar funktioniert ich wollte aber heute nicht doppeltes risiko eingehen in order history da seht ihr den trade ja und das kann beim hedge auf lösung straight sein dass wir hier auch mal kleben bleiben mtx hat uns da geholfen ich verabschiede mich bei den youtube lang wir machen live trading und weiter